so und hier ist die leiter hier geht es rauf 140 meter das muss ich mir einhängen hier dass ich nicht abstürze geht schon mal nicht darum geht nichts so jetzt hängt das und jetzt kraxel ich hoch so hier mache ich immer mein preis hier mein erstes das ist ein protest hier sind wir nach unten hier geht es noch schön weit drauf weil hier wo diese schrauben sind kann man sich draufsetzen so jetzt bin ich am letzten protest jetzt muss ich umsteigen da ist die letzte leiter und da bin ich schon um so jetzt bin ich hier muss mich da durchzwingen ist auch ziemlich eng geschafft so jetzt bin ich erhoben das nächste blatt verputzen hallo kann man auch ein fensterchen aufmachen weil es hier warm ist so und da muss ich pumpen und dann geht ein bolzen auf das ist so wie eine bremse so auf die einen seite mal offen pitch 70 und jetzt sollte ich das zum drehen anfangen langsam tut es aber nicht jetzt fangt es sich an zum drehen ganz langsam das ist gut das blatt b das brauchen wir dass das jetzt runter kommt wenn es unten ist da sind so löcher und da kommt dann der bolzen rein dieser pumpe da drehe ich jetzt die richtung für den bolzen zuerst habe ich ihn raus gezogen jetzt drücke ich ihn dann rein so dreht sich schön da unten kommt eine markierung da gibt es eine markierung das muss genau bei der markierung stehen bleiben bit 80 bit 80 bit 80 achtung stop stop schaut gut aus jetzt haben wir den bolzen hier rein pumpen und das schaut gut aus so tut man den bolzen bremsen und erledigt das war's jetzt dürft ihr noch beim fenster rausschauen so tschüss tschüss